D-N-I D-N-I Und... BOOM Leute! Wir sind endlich zurück Ich bin endlich zurück aus dem Urlaub Und wir sind zurück Zusammen bei Rappel Zäh Bäh, bäh, bäh Und, ja Bevor wir die Tage dann alleine In Rappel Fortfahren Sind wir heute nochmal zusammen mit Laura! Hallo! 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 Das macht dich gerade mal so ein bisschen lauter Jetzt so, hallo! Hallo! Ne, warum spreche ich das an, dass Laura In Zukunft erstmal nicht dabei sein wird? Naja, Laura, möchten Sie es selber erklären? Tja Scheiß Bildung halt, ne? Scheiß Bildungssystem Scheiß Bildung generell Ne, ich warte, ich hab Klausurzeit Warum einfach, wenn so kompliziert geht? Ja, richtig In der Zeit, muss ich ehrlich sagen Weiß ich noch gar nicht so, was ich machen soll Naja, okay, eigentlich schon Ihr werdet das nächste Projekt Werdet ja nächste Woche schon feststellen, was das nächste Projekt sein wird Und der ein oder andere wird sich freuen Er wird sich freuen Ja Und ja, eigentlich hab ich ein neues Mikrofon Aber der neue Mikrofon, der ist scheiße Deswegen benutze ich den alten Ich muss mir jetzt gucken Ich muss mir jetzt gucken Vor allem Dass ich die nächsten Tage dann Ein vernünftiger Mikrofon bekomme Dass ich auch Warte Achso Ne, dass ich dann auch Halt, das war falsch So Dass ich dann auch Nicht abgehackt Oder ruckelig bin Sondern, dass ich fließend bin Ich meine letzten Endes Das Headset Kostet heute noch 60 Euro Und das Mikro hat 30 gekostet Hm Aber du musst dazu sein Dafür hast du dann Mikrofon Und Kopfhörer Ne, also, ne Bei dem Headset? Ja Ja, gut Ich habe mir allerdings auch noch Kopfhörer bestellt gehabt Krass Ja Und bei Amazon Ja Für 10 Euro Ja, wie gesagt Genau Ich wollte gerade sagen Man sollte nicht so naiv sein Und Sachen für 10 Euro kaufen Das funktioniert nicht Kopfhörer? Naja Wenn man halbwegs ein bisschen Ganz minimal Wert auf Qualität liegt Legt Ne Also, ne Hey, ich habe gerade so 2 Euro Kopfhörer von Ich weiß nicht was drin Und das hört sich alles perfekt an Krass, echt? Ja, Mann Okay Ne, ich will seitdem Also, ich hatte mir Äh Was wollte ich jetzt sagen? Äh, 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 äh Seitdem ich mir mal vernünftige Kopfhörer geholt habe Ne, will ich keine Ahnung mehr haben Da will ich nichts mehr wissen, wirklich Was heißt denn für dich vernünftige Kopfhörer? Wie viel blechst du dafür? Na, die, die ich jetzt gerade habe 150 Kopfhörer Ganz normale In-Ear-Founds Ne, äh Normale halt Nicht in-Ear, also Ich rede von Handy-Kopfhörern Also von den ganz normalen In-Ear-Founds Die ich jetzt auch drin habe Nein Ich glaube, die müsste ich ganz schnell finden Ne, ich glaube, das war das hier Oh, was so Kurz in OBS mache Kurz in OBS Äh Äh Laura Was gibt's hin? Äh Das hier Die sind's, Leute Die sind's Die sind's Kann ich auch groß machen Kann ich das groß machen? Mal kurz über meine Fresse machen Da, hier Ja, könnt ihr euch besorgen, wenn ihr wollt Streichwirkung X, D So, ähm Aber Zurück Äh, jetzt nicht, äh Ne, Kopfhörer und so Sondern wir sind zurück Laura bei Bye, bye, Rapunza Ich wollte gerade sagen Du hast ja irgendwie fünf Minuten Und was haben wir geschafft? Nichts Ja, so tatsächlich fünf Minuten Okay, ähm Ich würde sagen Nicht lang schnacken Nicht Länge, ja, schnacken Sondern wir gehen direkt wieder in Kuhbus Oder was? Jo, ein bisschen level, wa? Ein bisschen in den Kuhbus Erstmal Musik lauter machen Damit ich Laura nicht so eindeutig höre Boah, ich bin voll gemein Voll gemein Voll gemein Und Laura Ich hab in der Zeit Wo wir im Urlaub waren Schätz mal Wie viele Abos wir dazu bekommen haben Und wir sage ich Weil du meine Haupt-Abo-Quelle bist Minus fünf Fast richtig Plus fünf Wow Minus fünf warst du deswegen Nicht ganz weit weg Kommst du? Jupp Morgen dann nach Mediamarkt Mediamarkt Laura ist doch blöd Nee, ich bin blöd Und wieder daddeln wir weitere fünf Minuten rum Weil Laura nicht keine Macht Hallo, du bist Du warst eben beschäftigt mit Kopfhörern, ja? Jetzt schreibe ich hier mal kurz was In der Zeit hätte sie schon im Cube sein können Jetzt werde ich schon angegriffen Warum komm ich nicht rein? Achso, ich hab den Shit hier noch So, jetzt Den coolen, nötigen Buff, den man hat Achso, ich sollte mich vielleicht auch mal Krämer Mach mich mal unnütz So wie immer Und Leute, ich sag euch Wir waren im Urlaub Und Videos folgen übrigens noch Keine Sorge Also zumindest hoffe ich das Wenn ich das dann irgendwann mal schaffe Zu schneiden, zeitlich Und vor allem lustlich Eher zeitlich Aber ihr werdet da auf jeden Fall noch was sehen Und Boah, wir waren beim Griechen, ne? Das war so geil Wir setzen uns da so hin Was macht er? Er bringt uns ein Tablett mit zwei Usos Aufs Haus So, das ist hier aber Standard Kennst du das etwa nicht? Nö Das machen gut Griechen Das machen gut Nette Griechen Aber an diesem Tag Hab ich dann gemerkt Ich werde niemals Uso-Trinker Ja, der schmeckt halt nach Anis, ne? Nach Lakritz Anis Auch genannt Was ist Anis? Anis ist ein Gewürz Du bildungsresistenter Weiß ich was Lulz, I'm out Hä, hab ich noch nie gehört Ich kenne nur Anis Amri Ne, Anis Anis Stern? Weihnacht Das Weihnachtstum So was Schreibt mal in die Kommentare Ob ihr den kennt Den kennt? Achso Den Typen Ne, den Weihnachtsstern Achso Oder den Gewürz Den Gewürz? Den Gewürz Du weißt Der Gewürz Der glänzt Genau Der arbeitet speisfrei Der Gewürz Er arbeitet schwarz Laura Kill mal schneller Ja, ich hab hier Äh Ey, ganz ehrlich Ich hab alleine vier Viecher gekillt Während du im Live-Screen bist Ja, richtig Voll armselig Mach das jetzt Mich OP oder dich schlecht? Tja Just laptop things Boah, ich hatte letzte Nachtschicht Ne Und ich Ich brauchte heute Übertriebenst lang Um zu realisieren Welchen Tag wir haben Ne, ganz ehrlich Wenn ich jetzt gerade daran denke Dass ich heute Morgen noch arbeiten war Ich kann mir das nicht vorstellen Und ich hab nur drei Stunden geschlafen Scheiß, die waren dann Ich wette, du hattest noch nie eine Nacht Wo du weniger als drei Stunden geschlafen hattest So früh wie du immer pennen gehst Äh, hallo Ich hatte schon mal eine Wo ich nur zwei geschlafen hab War das überhaupt so in der Bekasse? Silvester Silvester Wo war Wann war denn das? Da hatte ich mal Das war noch in der Schulzeit Also das ist schon ein bisschen her Da hatte ich vergessen Dass wir irgendwie einen Vortrag machen müssen Ah, war das den Abend Wo wir geskypt haben Während du den Vortrag gemacht hast? Kann sein Ich weiß es gerade nicht Ah, das war cool Da schreibt Laura mich um zwei Da schreibe ich Laura Um zwei Uhr nachts Hab ich irgendwas aus Rappels geschickt? Und sie schreibt mir zurück Haha Und ich frag sie so Wie, du bist noch wach? Ja, ich hab vergessen Dass wir einen Vortrag machen sollten Skype? Ja Ja, okay Aber ich mach meinen Vortrag weiter Dann hatte ich sogar nullte Stunde Oder sowas Das heißt um sieben wieder in der Schule Halleluja Und ich glaube Bis halb fünf hat ich gemacht Also so lange hatten wir dann zwar nicht mehr gequatscht Aber ich dann letzten Endes wirklich fertig war Und so War es glaube ich halb fünf Ach Laura Du tust mir schon ein bisschen leid Manchmal, oder? Ich bin echt froh, dass ich mein Fenster nicht aufhabe So fette Viecher, wie hier schon reingeflogen wären Tja Aber ich glaub das passiert so jedem mindestens einmal Irgendwie in seiner schulischen Karriere Oder auch irgendwie später In der Uni oder Ausbildung Das wird mir niemals passieren Weil die dann einfach gar nicht mehr fangen Ja Ah, da kennt mich jemand Weißt du, es gibt diese Menschen Die machen sich dann noch voll Stress Und ich bin dann dieser Mensch Der sagt Oh, das ist ja dumm gelaufen Scheiße, schon wieder eine Sechs Warte, ja Deswegen Frag dich mal warum Hm, ne? Frag dich mal warum Aber wie ein Vorbild Mach ich ja mein Abi jetzt nach Und ich komme mir einfach jetzt schon Chronisch unterfordert vor Wenn ich mir jetzt einfach so Den Stoff angucke Den ich in der Elf hatte Ne? Ich frag mich echt Was für ein grenzdebiler Vollidiot Was ich vor zwei Jahren war War? Bist doch immer noch einer Bist hier nicht auf der Akademie Mi, 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 mi Laura, du hast wohl auf der Akademie Mi, 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 mi gestudiert Ne, aber du vielleicht Nein, aber das werde ich Hihihi Voll umgeschnitzelt BAM Kommst du aus Polen? Nein, wieso fragst du das? Weil du so hässlich bist Wieso? Besser als Bist du Showspieler? Nein, wieso? Weil du aussiehst wie der Besen Aus Harry Potter Bist du vom Himmel gefallen? Nein, wieso denn? Weil dein Gesicht so aussieht Apropos Harry Potter Laura, ich habe endlich Den siebten Teil gesehen Endlich, ja? Ja, ich Im Urlaub haben wir jeden Tag Ein Teil Harry Potter geguckt Und Ich hab jetzt endlich Den letzten Teil gesehen Ja, der Wahnsinn Ich hab's davor Nicht gepackt Die letzten zwei Teile zu sehen Echt Ich hab die nie gesehen Nie Clever Krass Hast du die gesehen? Natürlich Ja, stimmt Vorbild und so Tommy ist gestorben Voll so ein Dolch So Flah So ein Tod Das war so dieses typische Das musste jetzt passieren Ja klar Die mussten irgendjemanden töten Der halbwegs Beliebt ist Und die drei Hauptpersonen Nee, das geht ja nicht Einer von denen Nö, das wäre auch zu gut gewesen Naja, da kann man ja nichts mehr Drum rumschwimmen Falls DJK Rowling Irgendwann mal sagt Scheiße, ich brauch Kohle Ich glaube, dass wir die niemals sagen Gut, wenn die alles auf Rot sitzt Und Schwarz kommt Ihr ganzes Vermögen Ja Das kommt schon mal vor Ich mein, wenn Boris Becker pleite ist Und der ist wirklich Nö, also Jetzt frag ich mich aber Hat Boris Becker oder JK Rowling mehr Geld? Na, die JK Ich wollt grad sagen Weil bei JK Ist es ja nicht nur Barry Trotter Nein Na doch, aber hauptsächlich Ja klar, hauptsächlich Ist genau wie bei einem Fußballer Hauptsächlich Sein Fußball Geld macht Was? Nein Ich dachte, der geht nebenbei noch arbeiten Doch Nein Doch Was ist denn das für eine Strange Pillar? Scheiße Ich hab sie activated Ach du Scheiße Hä? Zwei Buddies Nein Doch Ah Scheiße Laura Idiote Also die erste Budd-Cutter-Folge hieß ja Budd-Ne-Car Und dann da Und die zweite Budd-Cutter-Folge hieß Budd-Car-Da-Zwei Soll die jetzt einfach drei heißen? Nein Ich glaube diese Folge wird heißen Strange Pillar Oder jetzt wird Und jetzt wird gepillert Verstehst du? Dann brauchst du nämlich kein Heal-Pad Wie? Soll ich kein Heal-Pad benutzen? Ich hab selber eins Sicher, dass das reicht? Warte mal, ich hab keinen Platz mehr Ich bin nicht sicher, ob das reicht Deswegen benutze ich eins Warte mal, ich hab keinen Platz mehr Ich vertraue Laura-Seal-Künsten nicht Äh, finde ich nicht nett So Zack Was ist das häufig Verwendest du Wort in diesem gesamten LP? So Denk ich auch Denk ich mit dir Ist das dein Healdragon? Ja 17k? Ja Ja Ist doch gut Tschüss Äh, mein Vieh hält mehr als ich Ups, wann Du hast extra den großen Heal-Verballert-Vidiot Ja, der ganze zwei Minuten CD hat Ja Zum Glück hab ich ja noch einen, ne? Gut bin Was würden wir nur ohne Dick machen? Oder? Welchen wollen wir zuerst klatschen? Na, hm Den vorderen vielleicht Ja, welche Die stehen ineinander Dann den Revived Vielleicht ist der tausendmal sterbbar Und wir sterben sofort Ja, dann pull den mal irgendwie Ziii Äh Äh Er ist tausendmal stärker? Also Mein Vieh bekommt 60k Kritz Sag ich ja Der ist tausendmal stärker Und wir sterben sofort Ich hab voll die Idee Arsch 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 Komm raus da Er hat das Portal verfehlt Bist du tot? Ja, auf den anderen Ja, natürlich Lebst du wieder Und ich kann rein Ja Okay, wir pullen den anderen Und den Revived lassen wir stellen Was? Also echt, wenn ich jetzt nicht drauf gekommen Nein Doch Arsch Das ist ja doof gelaufen Idiot Wollen wir das nochmal probieren? Ja Warum hast du das? Das Spiel, ey Warum hast du das? Diese Pillar aktiviert Dann fällt die dann Ganz ehrlich Als ob du die nicht aktiviert hattest Nein Ups, ich hab Ups, warte So So macht man das Nein Ach Ja, der bekommt nur Da, da bekomme ich nur 25k Kritz Und der frisst auch viel mehr Warum ist denn der Revived so viel härter? Ja, okay Ja, du darfst dir das als Underground Cube dann vorstellen, ne? Weil die ganzen Viecher zählen ja auch als Revived Oh, die haben den, den meinen einen Skill hier verändert Welchen? Der Scorching Flame Inwiefern? Guck mal, der droppt jetzt immer drauf und macht dann umso mehr Damage Krass Ist das geil? Weil er hat kaum noch CD Was haben die mit dem gemacht? Ist der OP jetzt, oder was? Ich kann's ja nicht erkennen, wie viel Damage der macht Weil das viel zu groß ist Äh, okay Vier Millen Achso, aber okay Man muss den konstant halten Okay Ist natürlich doof, wenn man heilen muss Aber okay Ja, egal Kein Thema Easy peasy Booty squeezy Mörn Vier Millen mit so einer scheiß Waffe? Das hier Ja Kann man aber machen Ey, Booty droppt D3 Also den Revived lassen wir stehen Ja, den haben wir doch nicht geschockt Okay Okay Mann Dein Arsch, ey Da helf ich denen Und Bist gestorben? Ja Okay Weißt du, weißt du wozu es Zeit ist? Für ein Duell? Du, 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 du Duell Für Erfolgen, Boiske Oh, wir haben ja viel geschafft Warte, warte Warte, willst du ein Duell machen? Wir können gerne ein Duell machen Ja, nein Wir können es tatsächlich mal probieren Komm Es ist Zeit für ein Du, 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 Duell Du, 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 du Und noch mal Gut Oh, hier ist ein Berg Ups Ey, du bist doch so behindert Warum? Sobald du attacken bist, ist das Duell vorbei Ach ja, stimmt Da müssen wir mal woanders hingehen Stimmt Du Nuss, Alter Okay, aber ich hab ne Idee Weil wir sind ja die Meister der Cliffhanger Ja Wie wird dieses Duell enden? Wie wird dieses Duell enden? Ihr werdet es in der nächsten Folge erfahren Wenn es wieder heißt Let's Play Rapey Bis dann, ciao Ciao Tschüss